Prüfung des Babinski-Reflexes beim Säugling Bei Säuglingen kann der Babinski-Reflex geprüft werden, indem der Untersucher mit dem Finger den lateralen Fußrand kräftig bestreicht. Typischerweise kommt es dabei zu einer tonischen Dorsalextension der Großzehe und zu einer Plantaflexion und Spreizung der Kleinzehen. Das Auftreten des Babinski-Reflexes ist bei Säuglingen bis etwa zum 12. Lebensmonat physiologisch. Danach gilt es als klassisches Zeichen für eine Schädigung der Pyramidenbahn. Untertitelung des ZDF für funk, 2017